Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Tackle Legends mit Mr. Sick und dem Rixen. Du bist in der letzten Folge hier gestorben in deiner fetten Höhle und ich trau mich nicht so wirklich rein und ich baue jetzt gerade den Tunnel so gerade weiter, weißt du, für deine Mining Turtle. Mach das mal. Ähm, und wenn du hier bist, würde ich dich gerne mal begleiten, aber ich finde hier alleine nicht wieder raus aus der Höhle. Ähm, so. Uh, uh, uh. So, Wasser, da hin. Können wir das absperren? Ja, das können wir absperren. Ich höre schon wieder Zombies, keine Ahnung, woher. Ähm, du bist, ach du bist hier. Okay. Hä, wo bist du denn? Hier, hinter dir. Ja. Boah, ich bin sehr erschrocken. Hab ich einfach nicht gesehen. Genau, ich hab hier schon den Gang ein Stück gerade gebaut. Hier drüben werde ich jetzt noch so ein bisschen, dass wir da die Mining Turtle wieder dran setzen könnte. Ui, so. Ach, siehst du, ich wollte nach meiner auch nochmal gucken, aber egal. Guck ich nachher. So, wo bist denn jetzt lang? Äh, hinten links sozusagen. Hinten links. Hinten links. Äh, ich bin wieder runter, das gibt's ja ja nicht. So, hier. Ja. Ach, da lang. Genau. Da unten sind ein Haufen Erze. Genau, die restlichen Erze halt ab. Dann baue ich mal die hier unten ab. Do it. Do it now, look it good. Was? Hilfe. 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 Gula. Hast du denn mal geguckt, was man denn hier noch alles so bauen kann? Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass man sich so einen Diamond-Drill bauen kann und damit halt dann weitaus schneller die Erze abbauen kann. Wäre vielleicht auch so etwas... Was versteht man unter einem Drill? Unter einem Bohrer. Ah, okay. Der läuft dann auf Strom. Du hast dir oben was abgebaut, aber nicht eingesammelt. Rubies! Och, guck mal, so einen Drill kann man eigentlich relativ easy bauen. Soll ich mir jetzt mal so einen Drill bauen? Ach, jetzt bin ich nicht gesprungen. Was brauchen wir denn dafür? Refined Iron Angit, also Erze, die so Metall, na, Eisen, was nochmal gebrannt worden ist, Computer-Chip und eine Batterie. Und wo kriegst du einen Computer-Chip her? Den baut man aus Cover-Cable und Redstone. So einfach ist das? Ja, und dann, äh, damit es ein Diamond-Drill ist, macht man noch drei Diamanten drumherum. Na, dann probieren wir das Teil mal aus. Jo, dann, äh, willst du damit zurückkommen? Ja. Okay. Bist du sicher, dass es hier lang geht? Guck mal, hier ist noch. Ruby! Ruby! Da ist noch ein Ruby! 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 Ruby, Ruby, Ruby! So, wo geht's lang? Achso, wir sind schon im Gang, gucke. Ich weiß, ich wollte noch gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist. Ist so viel immer, ey. Und hier geht's noch runter, ne? Ja. Bin ich gestern, ach, da ist ein, äh, Mr. Creeper-Mann. Oh, oh. Creeper, ich bin beim Creeper, ich bin beim Creeper. Hinter dir ist ein Zombie. Und Schwert im Arsch, so. Da ist es wieder. Bin irgendwie runtergefallen. Irgendwie? Kann mir das gar nicht erklären. Oh. Okay, dann lass mal rausgehen. Die Höhle kann man halt dann immer noch ausmeinen. Achso, was mir jetzt gerade noch einfällt. Ja. Damit wir das dann halt, ähm, damit wir die Geräte dann auch jedes Mal, ähm, beladen können, brauchen wir dann noch so eine Charging-Box. Charging-Box. Hast du jetzt Covered noch eingesammelt? Ja. Sehr gut, das ist dann... Ich will auch nochmal in den Mining-Turtle gucken, was die vielleicht so jetzt aufgesammelt hat und mal hier ausleuchten. Kommen wir gleich. Ja, jo. Oh, die ist ja sehr weit gekommen. Wow. Da ist ja schon wieder Gravel. Ja. Sie ist genau zwei Blöcke weitergekommen als vorhin. Meine Güte. Was hat die da jetzt gesagt? Koppel, koppel, koppel. Mehr nicht. Brauch maa. Dies, brauch maa. Dies. Dies. Dies ist fucking Gravel. Oh, ein Diamond Drill. Unterschiedlicher eigentlich? Nee, ne. Das sind die selben. Quatsch. Also, Redstone habe ich Diamonds auch genommen. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. So, Tuttle läuft. Okay, ich komme. Und ein Git. Ich renne nicht mehr. Ich renne nicht mehr, oder? Warum? Warum? Das schaffen. Weiß ich nicht. Da haben wir noch dich. Damit du auch mal was machst. Nö. Hat mal das Kupfer reingeschmissen. Guck maa. Guck maa. Guck. Boah, was war das? Der hat ein Bohrer. Nice. Hast du noch einen zweiten? Ja, habe ich. Aber wie gesagt, wir brauchen da noch so ein Charging Dinges. Um den wieder aufladen zu können. Um den überhaupt aufladen zu können, genau. Das ist ein Diamond Drill. Ups. Rubies. Du hast nur das Ärzte gesammelt. Was hier immer nach links rein. Ich meine so ungeschmolzene. Die habe ich auch links immer mit reingemacht. Ich habe bloß gestern alles gebrannt, damit das schön aussieht. Damit wir Platz halt haben. So, dann brauchen wir eine MFSU, glaube ich. Was ist denn da alles hierbt, ey? Geil, ne? Ich blicke überhaupt nicht durch, weißt du? Ey, das sieht immer so aus irgendwie. Reaktor. Ne, Reaktor brauchen wir noch nicht. Gibt's denn irgendwie so'n, so'n, so'n... Ja, nice. Was? Rucksäcke. Ja, Rucksäcke gibt's. Und Crossbows. Wie macht man denn nun einen Rucksack? Oh, ist ne? Fishy-Aid-Chest. Sticks. Wolle. Alter, könnt ihr mal die Fresse da halten, oder was? Das ist meine Güte, die sind ja auch in den Sacken hier. Oh, stell mir gleich. Fick, Achtung, 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 Achtung. Mhm. Erich denn so schnell? Weil du keine Rüstung anhast? Hier hinten liegt noch was, Diamanten und so. Das hab ich schon aufgesammelt. Deine rote Hacke hier, die werf schon mal mitten in den Raum. Kupfer. Verhaust du jetzt das Eisen hier rein und nicht in den Ofen? Da, weil da, da hatt ich Kupfer reingetan. Das ist doch schon durch. Achso, dann wiss ich doch nicht. Hat er das zeitgleich reingepackt überall, weißt du? Ja. So, ich wollte so einen Rucksack bauen und da gab es jetzt so einen... Wie hieß das? Purple Colored Comp. Comp 4. Was ist eine Comp 4? Da musst du eine Bienenkönigin produzieren. Keine Ahnung. Bee Produce. Brauchen wir da einen Bienenstock oder was? Ich versteh's nicht. Nee, ist grad auch nicht weiterhelfen. Ich baue grad das Ding mal zusammen. So, reicht. Hab genug gesehen von der Mod. Das ist echt crazy. Ich finde das total geil, ehrlich gesagt. Gib mir jetzt so einen Bohrer, schau dir so einen Bohrer an. Ja, kriegst du gleich. Jetzt. Gleich, hab ich gesagt. Und ich hab jetzt gesagt. Gott sei Dank. Das ist total doof. Bei der ersten Folge, ne? Wo mein Sound so... weiße ist, also der, wo er so wegfällt. Was war da? Da ist eine Szene, wo wir uns halt belappen. Das klingt komisch, oder? Wenn nur ich lappe und du nix sagst. Ja. Wie fand der Zuschauer das in der ersten Folge? Das ist echt blöd, dass bei dir da immer mal die... Aufnahmen, äh, der Soundaufnahme weg ist. Ja. Warum? Ja, wie gesagt, es liegt halt am Windows 10 irgendwo mit einem Update. Ja, komm, erzähl nicht. Ach, sagt der, der hat die kleinste Ahnung von Computern hat, weißt du? So. Ähm, ey, Paul, ey. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig gebaut hab, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ist das Licht angegangen? Bei ihm oder bei mir? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Oh, ich hab's richtig gebaut. Nice. Lampe leuchtet, ja? Na ja, Lampe leuchtet, hätte sowieso geleuchtet, aber jetzt... Ähm... Ja, Bohrer lädt auf. Mal gucken, wie viel Power der dann verbraucht, ne? So, hier ist wieder gepflanzt, schön. So, Bohrer sind fertig. Komm mal, warte, wir sind grad noch am anpflanzen. So, jetzt kann ich das alles wieder nicht... Pack ich das jetzt hin, ich pack's hier rein. Weil's hier nicht hingehört. So. Bohrer, mit dem kannst... Hast du jetzt schon gebohrt hier, oder was? Ja. Und? Geht ab, oder was? Naja. Du würdest gerne an Erzen ausprobieren. Wenn du das... Dann, das Ding hat aber jetzt so ein, so ein, äh... So eine Fähigkeit wie eine Diamanthacke, oder? Richtig, richtig. Also eigentlich sollte... Also glaub ich zumindest, oder hoff ich zumindest. Ist der Diamant vorne drauf auf dem Bohrer? Ja, eben. Also, aber... Okay, diesmal funktioniert hier mein Mining-Tunnel. Hier kommt mir schon der Zombie entgegen, der erste. Oh ja, hier sind Erze. Aber ich löchte mal eben aus. Ah, hier war wieder Grave. Oh, Copper! So, Bohrer. Ich dachte, der brummt jetzt sowieso los, oder so. Der hackt ja einfach. Aber der hackt schneller, ne? Mhm. Wann los? Oh, hast du jetzt Samen und so ein Blödsinn in die Kiste, in die Erzekiste gedammt? Hab ich ja gesagt, ich tue es mal da rein, weil es da nicht hingehört. Hast du nicht widersprochen. Hab ich dir nicht zugehört. Ja. Das kommt vor, ne? Ja, öfters sogar. Ist da noch was? Ich sehe es nicht. Ne. Gas! Fällt es da nicht mehr drauf rein, ne? Ne. Erstmal nicht. Erstmal. Okay. So. Mining, mining, mining. Jetzt brauchen wir wieder Diamanten. Jetzt haben wir keine mehr. Okay, müssen wir wieder unten farmen. Diese scheiß Gravel, ne? Dieser fucking scheiß Gravel. Gravel hat auch eine Daseinsversächtigung. Sei mal nicht so unfreundlich. Nicht in meiner Welt. Ja. Ich stehe hier nur auf Geröll und Fels. Große Steine. Nicht so eine Publischen-Kies-Dinger, ja. So, was hast du ein Feines gesammelt? Eisen, Kupfer. Schön. Wenn ich die Mining-Türtel abbaue, dann fällt auch alles aus der raus, ne? Ja. Dann muss ich die ja eigentlich nicht immer vorher leerräumen. Ja. Warum erzählst du mir das nicht gleich? Jetzt sieht das voll so aus, als wäre ich eine vollidiotierende Aufnahme, weißt du? Oh, kann das sein, dass du meine Remote-Control hast? Äh, nein. Okay, schade. Also, ich habe eine, aber... Ja, ne, ja. Ich meinte jetzt eine zweite. Na, die Remote-Control sehe ich ja nie. Die siehst du rechts unten in der Taskbar. Ja, aber die kann ich, habe ich ja nicht im Inventar oder so. Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn du jetzt eine zweite aufnimmst. Deswegen frage ich ja, ob du eine noch im Inventar hast. Vielleicht habe ich ja eine zweite aufgenommen. Aber was passiert denn dann? Riesenhöhle? Hältest du sie im Inventar? Höh! Huh. Äh, ich dachte, ich bin reingefallen, aber... Ne, habe ich nicht. Nicht im Inventar. Ich habe eine Höhle gefunden, da sind schon Fackeln drin. Ich nehme an, das ist deine. Eventuell. Das gibt's ja gar nicht. Mann! Weißt, immer verpeile mit dem Festhalten, weißt du? Äh. Oh, la hier ist Mimimimimimimimimimim. Kommst du nicht hoch? Zudem, Mossami. Ganz mal schön bleiben da hier, ne? Ich dachte, wo du hergekommen bist. Wo der Pfeffer wächst. Ja, der nickt da. Ja, 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 nickt fein. Ich bin der Picknicker. Jeder weiß Mann. Kein scheiß Mann. Jetzt geht's weiter mit unserer Hip-Hop-Session, oder was? Oh ja! Oh fuck, jetzt kommt er hier hoch. Terrorist! I am a terrorist. T-E-R-R- Ach, das gibt's da auch noch? Ja, von dir. Ist nice, ne? Ging so, ne? Na, aber voll, ne? Aber voll, ne? Ging so, ja, ja. Aber voll lutsche, Junge. So, da kommt er nicht mehr hoch, die Sau, die... So, was ist jetzt hier der Turtle? 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 Super. Hey, ro-Nin-Tö, oh! Haha. Ja, meine, sieht ja wirklich so aus, hätte er ja eine Donatello-Augenbindung. Aber schlau-Rosa-Nin-Tö, oh! Aber ich glaube, rosa-Nin-Tö, oh! Gab's nie, ne? Nee, aber lila-Nin-Tö. Ja, 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 Kopfnicker, Kopfnicker, ja, 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 dieser scheiß Zombie, ey, geht mit dem? Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Gut, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, und denk dran, immer schön weg die Hände von Drogen. Ja. Achso. Ernsthaft? Du hättest mir das mal eher gesagt, da wär ich jetzt nicht so Meff ausbauen. Scheiße. Tschüss. 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 Tschüss.